Name? Name, Kühne. Ja, wir müssen nicht mal Vornamen wissen. Nochmal, Name? Stefan Kühne. Alter? 32 Jahre alt. Herkunft? Wiesbaden. Position? Dämmensis Mittelfeld und Innenverteidigung. Welches Spiel wirst du nie vergessen? Da habe ich Glück gehabt. Ich habe mehrere Spiele gehabt, die ich nie vergessen werde. Aber Highlight war natürlich DFB-Halbfinale in Dortmund vor 80.000 Zuschauern. Gibt es Rituale für dich beim Fußball? Ich habe früher eigentlich nie eins gehabt. Mittlerweile, jetzt wo mein Sohn auf der Welt ist, gucke ich mir natürlich vor jedem Spiel nochmal ein Bild an von ihm. Und ja, das gibt mir die Kraft. Wäre ich kein Fußballprofi dann? Wäre ich wahrscheinlich der Detlef und werde hier die Videos für Preußen Münster machen. Okay, welche Idole hast du? Clément Allais ist kein Idol, aber trotzdem man sieht, wie er nach der Verletzung zurückkommt und wie hart er arbeitet. Was ist für dich das Besondere am SC Preußen Münster? Das Besondere ist natürlich, jetzt ist mein drittes Jahr hier in Münster und ich kann nur Gutes sprechen. Ich habe so viel Erfolg gehabt bis jetzt und ich hoffe, es geht so weiter. Was findest du an der Stadt Münster positiv? Die Stadt Münster ist Lebensqualität pur. Man kann hier vieles machen, ob mit der Frau, ob als Single oder auch jetzt mit der Familie, mit dem kleinen Kind. Ja, sehr hervorragend. Wir fühlen uns hier sehr wohl. War schon. War schon.